. Wie ist euer Traumurlaub? Alles ins Auto rein und irgendwo hinfahren, wo es schön ist. Wir fliegen sehr gerne. In Zwame. In Zwame, genau. Meer oder Berge? Stadt oder Land? Was ist der perfekte Urlaub? Und was, wenn man im falschen Urlaubstraum erwacht? Ich fand's ganz, ganz schlimm, ganz grauenvoll. Es regnet, es donnert, es ist kein schönes Wetter. Das große Urlaubstauschexperiment und die Reisetrends des Sommers. Von wo kommt das Wasser? Von hinter Ihnen. Ach so. Jetzt die Wieso-Doku. Diese zwei Familien haben ihren Traumurlaub eigentlich schon gefunden. Die Münchebergs aus Berlin. Mama Dominik, Papa Tobias mit Luan und Lara. Sie fliegen am liebsten all-inclusive nach Spanien. Und Familie Slotter aus Potsdam. Mama Mirjana und Papa Stefan mit Eddie und Luis. Sie fahren jedes Jahr ins Feriencamp nach Rügen. Im Kleingarten von Familie Slotter starten wir unser Experiment. Beide Familien werden ihre Traumurlaube tauschen. Ihr habt's wirklich schön hier. Seid ihr sicher, dass ihr in den Urlaub fahren wollt? Wir bleiben einfach hier. Wir bleiben einfach hier. So, habt ihr einen Garten? Habt ihr auch so was Schönes? Nein, leider nicht. Ihr wohnt richtig in Berlin, mitten in der City? Genau. Und wenn ihr Urlaub macht, was muss dann sein? Wie ist euer Traumurlaub? Wir fliegen sehr gerne. Lecker. Vor allem die Kinder. Und dann raus aus Deutschland. Ins Warme? Ins Warme, genau. Ins Hotel, ein bisschen entspannen. Keinen Stress haben mit dem Zimmer sauber machen, aufräumen. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Ja, wir sind tatsächlich eher so alles ins Auto rein und irgendwo hinfahren, wo es schön ist. Und auch einfach die Möglichkeit haben, dann nochmal weiterzuziehen. Irgendwie entspannter dann mit dem Auto einfach in der Ostsee zu fahren. Also ich merke schon, was wir mit euch vorhaben, das könnte echt spannend werden. Urlaubstausch. Regenbogenkamp gehören. Genau. Da geht's nicht. Also ihr macht den Urlaub, den ihr eigentlich nie machen wolltet. Und ihr macht genau den Urlaub, den ihr euch eigentlich nicht vorstellen könnt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Eine Woche Familienurlaub am Lieblingsort der anderen. Auch das Ausflugsprogramm gibt die Tauschfamilie vor.